So, halli hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Curb Fever heißt das Spiel. Oh yeah, es ist richtig nice. Nein, scheiße. Oh, ich hab's gekürt gemacht, die Runde. Oh yeah, das Spiel nennt sich wie gesagt Curb Fever. Wir werden auf dem PC gespielt, wie man wahrscheinlich schon sieht. Ja, werdet fett. Nein. Ah, wow. Oh, krass macht das nur ein Vorteil. No. Wow, bin ich fett. What the fuck? Geh weg von mir, du Fischbrötchen. Geh weg. Geh weg von mir. Oh yeah. Zweimal hintereinander gewonnen. So sieht's aus. Ich bin jetzt gelb, das sieht man auch aus Augen nach, aber das bin ich. Dann dieser Gäst ist Türkis. Und er ist geradeaus gefahren. So, ich versuche ihn jetzt einzukreisen. Komm. Ey, was? Slow Connection? Oh Mann ey, das hab ich so oft ey. Komm schon bitte, flieg nicht raus. Danke. Oh. Trauerlich. So. Und noch. Okay, ich hab eh geräumt worden. So. G schreibt. Irgendwas über Loll. Deswegen hat auch gerade mein Handy vibriert. Luca antwortet ihm. Aber das muss ich jetzt ja nicht live tickern. So. Ich bin wieder fett. Wegen diesem, dank diesem Power. Ah. Komm schon. Oh, Alter. Ich kenne diese Spiele schon relativ lang, muss ich sagen. Oh. Oh, schade. Egal. Acht Punkte. Oh, yeah. Und das, falls ihr es schon gemerkt habt am PC, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, dass ich es schon gesagt habe. Ey, Junge. Ganz ehrlich. Ich muss mich ja mal rückkratzen. Und ja, das ist das erste PC-Gameplay. Erste. Gameplay. Am PC. Scheiße, nein, du Arsch. Du. Du frisch Brötchen. Okay. Das ist nice, Mann. Ich ziehe die so ab. Der Sack fällt immer gerade aus. Das hatte ich aber auch am Anfang, ne? Ich spiele es das erste Mal. Und platz. 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 Oh, was? Ich habe es geschafft. Nice. Ich habe hier. Okay, also die Maus braucht man dazu nicht. Ich weiß nicht. Einige werden es vielleicht sogar erkennt von Pink Panther. What an Dignity. Das war mal eine schnelle Runde. Oh, ich bin gerade irgendwie zu dritt. Also eigentlich schon fast zu zweit. Boxe ich sogar. Oh, Alter. Ich habe es ja alle Runden gewonnen. Jetzt muss ich echt mal schauen, wie lange die Aufnahme geht. Oh, ich spiele schon viel mehr. Lass ich mal sagen. Das Spiel kann man wirklich echt empfehlen. Es macht so verdammt Spaß. Oh, ja, jetzt kommen wir ja los. Komm wir ja los. Eeeh. So, next round will start in. Prachtiger. Mach keinen Scheiß. Oh, nein. Verdammt. Okay. Egal. Rob Stark. Original, Alter. Und G schreibt. Ich kann doch sagen, Wasser schreit. Er schreit. Er troat. Ernsthaft. Ernsthaft. Wow, Alter. Die Diener kann ich gerade voll ablegen. Irgendwas. LOL. Von G-Band jetzt auch wieder LOL-Videos kommen. Finde ich richtig geil. Da muss ich nicht wieder alleine düngerzen können. Ey, was ist mit mir los, Mann, ey? Okay, ich lasse ihn jetzt nur Vorsprung. Weil er weiß natürlich, dass ich ihn voll abziehe eigentlich. Okay, ich drehe mich jetzt sofort nach rechts. Schade. Mein Plan ist nicht aufgegangen. Was? Ey. Meine Fristik. Ich... Ich will das nicht. Oh yeah. Original, throw wind. Oh yeah. So. Ich kann euch jetzt nochmal zeigen, wie das jetzt hier so abgeht. Leave. Dann gehe ich hier nochmal leave. Und dann gehe ich jetzt zum Beispiel, hier kann man dann, wie bei vielen anderen Spielen zum Beispiel, hier sieht man eins versus eins. Englisch-Speakers. You can't play. Okay, das heißt, dass der Server voll ist. Suche mir relativ leeren. No homo. You can't play. Okay. C-O-T. C-O-T. Dann, this game is unranked. Das heißt, man steigt in diesem Spiel, also in dieser Lobby sozusagen, keine Levels auf. So, dann schließe ich mal hier, das ist noch die Startzeite. Geht mal einfach auf Play und dann so und so. So, schließe ich jetzt mal und hier, das seht ihr nicht, ey, hier ist mein Aufnahmeprogramm. So, also, you are ready, ich weiß. Who's ready, ready? Also, erst mal. Start game. Start. Okay. Vielleicht schafft es jetzt. Okay. Bitte hier, Alter. Dann I'll play on your PC. Also, hopp jetzt bitte, Mann. Ready. Please. Check it here. Komm. Komm schon, bis hier. Danke. 5, 3, 5, 2, 1. Und ich bin jetzt diesmal blau. Okay. Oh, ist das geil. Alter, das führt noch. Das ist immer so Spaß. Fuck. Oh. Oh, der Sack. Der Sack. Nein. Alter. Ernsthaft, Mann. Knallt mich da ernsthaft ab. Irgendwer. So, Mann. So. Den könnt ihr vielleicht abschneiden. Boah. Boah. Was ist das dreist von dem? Okay. Okay. Dann komm schon, Gabe. Du willst doch hier verlieren. Du bist zu. Danke. Ja, Mann. Gewonnen. So. Also. Nochmal für alle. Das Spiel heißt Curve Fever. Und es bockt sich einfach richtig. Schaffe ich die Koffie? Ja, Mann. Komm. Nein. Oh, ja. Nix da. Fuck. Das war purer Selbstmodell. Da reinzufahren, Mann. Guest 9989 gewinnt. Okay. Aber ich bin Zweiter aus der Runde. äh. First to reach 30 Punkte. Das heißt. Ja. Ich schätze mal, jeder kann sich's denken. Und wenn nicht. Tut's mir leid. Nein. Ähm. Ja. Das heißt einfach. Ja. Wie die COD. 30 Punkte. Und du hast es. Barsch. Gewonnen. Ernsthaft. Ernsthaft. Okay. Ich bin immer noch Zweiter. Ey. Dieser Guest, ne. Wie er sich da rumschlängelt. Er da. What? Hat er das grad gesehen? Ernsthaft. Alter. Ich muss mich erstmal wieder ans Game gewinnen. Okay. Rob Stark seht ihr hier wieder? Eine Scheißanbindung. Okay. Rob Stark hat eine sehr schlechte Verbindung auf Sprütschen. Okay. Oh. Nein. Schade. Alter. Dieser Guest geht ab, Alter. Den muss ich jetzt echt mal einholen. Ich geh jetzt auch mal explizit auf den Guest. Das war knapp. 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 Kein Kommentar. Alter, der heckt doch, Alter. wieder durchfärben und Rob Stark ist wieder im Start aber seine Verbindung ist zu schlecht Spannendes Duell Ja Ok, ich habe diesen Gas habe ich jetzt noch einmal geholt Oh, ich hätte geradeaus fahren müssen Nein, hätte ich es geschafft Egal Irgendwie ist die Musik geil So, alter scheiß Gäste Oh, ich darf acht Punkte aufholen Das wird richtig schwer Ich werde immer bei ihm gespawnt Das können Sie machen Ich hätte es eh nicht überlebt Egal wie Scheiße Wenn er jetzt gewinnt die Runde dann ist es aus Dann kann ich auch die Aufnahme beenden und ja Ich schätze auch irgendwie, dass er gewinnt Nein Was? Ernsthaft? Ok, lassen wir Ihnen noch eine Chance Scheiße Ihr seht, der hat einen Punkt bekommen Alle drei Leute sind und der letzte bekommt immer einen Punkt Ok Mal schlagen die mir Denkst du dir so Was? Nein Ok Hä? Ja Dachte schon Ok Ja, Leute Wenn es euch gefallen hat dann Lasst einen Daumen nach oben da und ich sag jetzt erst mal Ciao und ja Wir werden kommentieren Haut rein und wenn nicht dann lasst es sein Ciao, ciao und itos Ciao 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 Ciao